ok so jetzt scheint die sonne ihr habt jede menge strom also heute auch bei mir jede menge sonnenschein ich krieg so richtig die batterie vollgepackt ja apropos batterie ohne batterie geht nichts natürlich könnt ihr ein solarpanel auch ohne batterie betreiben aber daran irgendwann ist dunkel irgendwann regnet es dann kommt nicht mehr genug strom vom panel ja und dann läuft nichts mehr ihr braucht eine batterie als puffer und als energiespeicher dafür gibt es spezielle solarbatterien die sind für dieses laden und entladen in einer solaranlage optimiert da gibt es verschiedene ausführungen also bleisäure da gibt es lithium und fragt mich nicht also was für verschiedene sonnen es noch gibt schaut mal unten ich habe euch den link reingepackt da könnt ihr nochmal nachrecherchieren was da alles da ist was euch gefällt und was zu eurem budget auch passt meine frösche wenden sich mal wieder zu wort mal gucken wie leicht sie heute werden ich hatte so ein sogenanntes schlüsselerlebnis bei meiner solarbatterie also weniger bei dem bei der solarbatterie sondern bei dem anschluss ihr braucht dazu so anschlussklemmen für die batterie pole da gibt es unterschiedliche zu kaufen also im internet zum beispiel bei amazon findet ihr da dutzende varianten ich habe meine beim bauhaus gekauft und habe da allerdings dann festgestellt ja dass die schrauben zum festklemmen keine zum beispiel dreizehner schlüssel passen oder auch keine neuner oder irgendwie zehner oder was wir schlüssel das war ein ganz seltsames maß das waren wahrscheinlich inch maße aus amerika ich musste mir dann dazu erstmal noch die passenden schlüssel also schraubenschlüssel und steckknüsse dazu kaufen also passt auf wenn ihr diese anschluss polklemmen kauft dass ihr die richtigen kauft mit den richtigen muttern drauf damit eure standard unsere standardmetrischen gabelschlüssel und steckschlüssel einfach passen sonst habt ihr ein problem ihr seht es jetzt auch gleich im video wie ich da so ein dann herum wirken musste ok als nächstes mache ich mit die batterie klar das heißt an die batterie pole plus und minus die batterie klemmen anschließen aber vorher check ich nochmal ob die einzelnen zellen auch genug flüssigkeit enthalten es gibt ja batterien mit offenen zellen so wie hier da könnt ihr dann destilliertes wasser nachfüllen es gibt auch geschlossene batterien die sind dann wartungsfrei ich bevorzuge aber lieber eine offene batterie dann kann ich besser prüfen in welchem zustand sie noch ist und gegebenenfalls noch destilliertes wasser nachfüllen also das sieht alles super aus die batterie ist neu die ist nagelneu und aber ihr wisst ja auch nicht wie lange die jetzt schon irgendwo stand und ob der hersteller oder verkäufer die da schon eine weile im lager hat rumstehen lassen also checkt einfach mal ist der füllstand hoch genug wenn nicht genug füllstand drin sein sollte füllt es nach aber denkt bitte dran ihr dürft erst nachfüllen nachdem die batterie voll geladen ist wenn ihr die batterie laden werdet und habt vorher schon aufgefüllt kann es passieren dass beim laden wenn dann der strom fließt sich die die schwefelsäure ausdehnt und dann die batterie überläuft ist es nicht so toll so letzter check sieht alles sehr gut aus das ist nickel nagelneu auf was ihr unbedingt achten müsst ist wenn ihr so eine bleisäure batterie benutzt ja die nicht versiegelt ist die ist ja dann offen da können beim laden können wasserstoffgase entstehen diese wasserstoffgase sind hochentzündlich ihr müsst diese batterie in einem separaten raum unterbringen und die geräte die ihr dann betreibt also diesen solarregler und den wechselrichter etc in einem anderen raum ihr könnt natürlich die batterie auch in den kasten packen und mit dem entsprechenden lüftungsschlauch diese wasserstoffgase die beim laden entstehen oder beim entladen dann entsprechend nach draußen führen ich habe hier glück beim gartenhaus ich habe zwei räume ich habe so einen kleinen wohnraum hier und habe einen nebenraum also ein bisschen abstellraum und eine toilette und da wird jetzt die batterie installiert löcher durch die wand kabel auf die andere seite und die bedienungselemente und die ganzen sachen die werden dann jetzt hier von dem wohnraum dann in meinem gartenhaus werden die bedient ok alles ist fest alles ist sauber und jetzt kommt das gute stück in den abstellraum wichtig ist jetzt die reihenfolge des anschließens als erstes wenn ihr die batterie klar habt und an den start geht schließt ihr die kabel an die den solarregler versorgen ich habe jetzt die kabel hier angeschlossen pluspol minuspol geht dann hier durch die wand und aus der wand raus das ist der temperatursensor der misst die temperatur hier in diesem kleinen nebenraum so das kabel geht hier auch dann nach drüben wo der solarregler dann montiert wird und hier habe ich jetzt noch was für euch zum thema batterie laden wenn die batterie jetzt an das system angeschlossen ist das heißt die versorgt den controller mit strom und aus dem solarpanel wird jetzt natürlich strom in das system geschickt und in diesem solarregler gibt es verschiedene modi mit denen die batterie immer so schick geladen wird und behandelt wird dass die optimal ihren strom hat also ihre ladung es gibt bei diesen solarreglern also bei vielen so eine equalize funktion das heißt einmal im monat wird die batterie vielleicht so für zwei stunden mit einem höheren strom geladen als üblich dadurch fängt an die flüssigkeit in der batterie leicht zu kochen und blubbert so ein bisschen vor sich hin und diese elektrolyt flüssigkeit wird also noch mal frisch durchgemisch so dass ich da nicht irgendwo ein satz bildet und soll helfen dass die lebensdauer der batterie zu verlängern feine sache funktioniert wohl auch ganz gut aber 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 ganz ganz wichtig seid dabei wenn das passiert die batterie fängt an zu gasen da kommt ordentlich wasserstoffgas raus denkt daran das muss raus ins freie das darf sich nicht irgendwo sammeln und prüft auch einfach die temperatur der batterie wenn ihr jetzt eine batterie habt die zielt ist also die die versiegelt ist wirklich darauf aufpassen dass das ding jetzt einfach nicht vollgepumpt mit mit energie und dann überdruck da ist und vielleicht die batterie platzt dass es kann passieren seit wenn euer regler diese equalize funktion macht dabei und passt auf und checkt alles dass es so läuft wie es soll ansonsten gibt es die möglichkeit in vielen reglern einfach die equalize funktion so zu konfigurieren dass man sie entweder abschaltet oder dass die equalize funktion in der stromstärke die der regler dann rein steckt nicht höher wird als die standard ladung die man so in die batterie schickt wenn sie etwas entladen ist als nächstes das thema kabel ihr braucht natürlich leitungen um die energie um den strom wenn ihr produziert von eurem solar panel von eurem solar regler von der batterie wer weiß wohin einfach zu transportieren klar wenn das alles drahtlos ginge wäre das eine schöne sache aber in dem fall brauchen wir wirklich noch richtig kabel und da gibt es natürlich entsprechende passende kabel für diese solaranlagen ich habe hier mal ein beispiel für euch das ist jetzt hier so das ist jetzt so ein solarkabel und das hat sechs quadrat sechs quadrat millimeter und so sieht das ganze ding aus und das ist schon ein ziemlich dickes kabel innen drin ist also nach einer schönen umwandlung ein reines kupferkabel und das leitet den strom natürlich am besten es gibt auch alu kabel also alu draht alu lize die hat allerdings einen höheren widerstand also ich empfehle euch auf jeden fall ja nehmt die kupferkabel die sind etwas teurer und die verluste sind wesentlich geringer nehmt es nicht zu dünn ja durch so ein kabel laufen schon ordentliche stromstärken hindurch wenn da so 20 ampere durchlaufen das ist schon ordentlich energie die da vorbei fließt und jetzt wenn ihr das zu dünn macht habt ihr riesen verluste und als nächstes durch diese verluste und den widerstand der entsteht werden die kabel auch warm und so dünner die werden fangen die auch irgendwann an zu klünen und die isolierung geht unten und das ganze kann natürlich dazu führen dass brände entstehen und wenn es jetzt zum beispiel so ist wie hier bei meinem gartenhaus hier ist zwar eine steinwand hinten dran aber es ist holz verzäfelt dann brennt die hütte ab wenn das kabel auf der wand montiert ist und anfängt zu kühlen möchte keiner denke ich dass er dann ein riesen toaster in seinem gartenhaus hat und die energie die von dem solarpenner geliefert wird die batterie oder von der batterie kommt dann das gartenhaus in brand steckt ist keine gute idee also guckt immer dass ihr entsprechend stabile kabel habt unten in der beschreibung habe ich link für euch da gibt es einen kabelrechner da könnt ihr sehen welche kabel für welche stromstärken geeignet sind ja soviel zum kabel also denkt dran kabel können nie zu dick sein ihr könnt eher dickere kabel nehmen aber auf jeden fall nicht zu dünn zu dünne kabel bringen gar nichts also es ist wirklich schlechte idee wenn ihr da einfach zu dünne kabel benutzt ja was haben wir noch ja da kommt noch was folgendes an meinem solarregler der ist von der firma renogi renogi rober soviel zum werbeblock gibt es einen solar nicht solar temperatur sensor den gibt es auch bei anderen solarreglern von anderen firmen das ist das kleine grüne stecker schon dass man unten rein steckt dieser sensor dieser temperatur sensor misst die temperatur der batterie und der solarregler passt entsprechend zur temperatur der batterie die Energie an die er in die batterie schickt zum laden das seht ihr nicht auf dem lcd panel auf dem laderegler von renogi das wird intern verwurschtelt also da keine information drüber möglicherweise kann man das über diese rs2 32 schnittstelle die da noch dran ist auslesen mit dem entsprechenden gerät da gibt es auch noch was dafür aber ihr werdet das nicht sehen die temperaturanzeige die ihr auf dem regler seht die zeigt im prinzip die raumtemperatur bzw wenn der solarregler sich erwärmt zeigt dann die temperatur des solarreglers an lasst euch nicht verwirren dadurch ich habe lange gebraucht überhaupt eine info dazu zu finden ich habe dann bei tante google irgendwo im internet ja haben wir so ein paar infos gekriegt aber letzten endes ich glaube das steht nicht in der bedienungsanleitung und das ist das teil hier ja renogi und ja zu dem ding hier komme ich gleich ein Vielen Dank.